Hier ist Markus von Movement Routine und ich begleite Menschen dabei wieder in Bewegung zu kommen. Movement Routine ist der Einklang von Geschmeidigkeit und Flexibilität zu spüren und dabei gleichzeitig sich selber zu fordern und besser kennenzulernen. Ich möchte mehr Menschen helfen wieder in Bewegung zu kommen, ihnen die Motivation zu geben, die richtige Technik vor allen Dingen und ihnen zeigen wie es geht. Mein Alltag ist geprägt von Einzeltrainings, Kursen, Outdoor Trainings, dann viel Büroarbeit und so weiter und schnell habe ich gemerkt, irgendwo geht mir die Zeit aus und immer mehr Menschen wollten zu mir kommen. Ich konnte ihnen aber nicht helfen, das war mein Problem dabei. Und da hatte ich die Idee zu meiner Movement Routine. Das Training von Markus spüre ich gewaltig, nicht bloß im tagtäglichen Doing, sondern gerade bei Beachvolleyballspielen. Ich bin deutlich beweglicher und schneller geworden. Ich komme an Bälle ran, die habe ich vor zwei, drei Jahren nicht mehr erreicht. Und auch meine Kumpels sagen, hey Harald, aus diesem Los, du hast dich ganz schön verbessert. Ich lerne dir Bewegungsabläufe und Routinen für deinen Alltag. Du lernst, wie du dich richtig bewegst und deine Muskeln wieder reaktivierst. Denn du weißt ja, verspannte Muskeln sind meistens eingeschlafene Muskeln und die wecken wir dabei wieder auf. Durch meine sitzende Tätigkeit haben sich natürlich im Rückenbereich Probleme eingeschlichen, die ich in den Griff gelegt habe und auch im Sport wesentlich agiler bin. Ich kann meinen Sport leistungsmäßig wieder nach oben bringen und pushen und sogar wieder neue Rekorde aufstellen. Die Verbesserungen im Körper haben sich vor allem im Rückenbereich und im Kniebereich eingestellt durch Muskelaufbau und durch agile Bewegungen beim Movement Routine. Also ich habe schon immer viel Sport gemacht, aber seitdem ich Movement mache, merke ich schon nochmal speziell in meinem Rücken und in meiner Schulter, wie sich da die Stabilität verbessert. Also Schulter sind bei mir eh große Schwachpunkte und durch Movement kann ich die gezielter trainieren, die kleinen Muskelgruppen, die da drin auch sind. Und fühlt sich besser an, sicherer an, auch wenn ich jetzt zum Beispiel klettern gehe. Durch das Online-Programm von Markus habe ich da Möglichkeiten, in meinem stressigen Job das immer mit einzubauen. Ich schaue mir das an, ich kann mit Markus reden, was ich verbessern kann. So kann ich meine Training auch optimieren, auch wenn ich keine Stunde mit Markus habe und das hilft mir ungemein. Und vor allen Dingen, ich bin so flexibel, dass ich es jederzeit in meinen Tagesablauf einplanen kann und einbauen kann. Du lernst Movement Routine. Du lernst die Bewegungen und kriegst von mir mein ganzes Wissen. Ich sorge dafür, dass du am Ball bleibst, dass du motivierter dran gehst, kriegst auch immer kleine Aufgaben von mir und am Ende, dass du auch geistig fit bleibst. Und wenn ich dir ein bisschen mehr darüber erzählen soll und du noch einige Infos brauchst, dann drücke auf den Button. Wir lernen uns kennen und finden raus, ob Movement Routine zu dir passt. BOMB Network BOMB Coeli BOMB 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 BOMB